Dieses Buch hat mich so weggehauen. Narziss und Goldmund war schon ein wichtiges Buch für mich. Ein großes Stück Weltliteratur. Das ist ja Literatur, die dich auch anspricht und rausbringt. Wenn man die Bücher gelesen hat, dann ist man ein bisschen erleuchteter. Was auch immer du da draußen gesehen hast, gehört nicht hierher. Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher. Wenn man dann die Chance bekommt, das zu verfilmen und reine Sicht dieses Romans einem großen Publikum vorzustellen, das ist schon sehr ehrenvoll und man ist sich auch der Verantwortung bewusst, die damit zusammenhängt. Das ist auf jeden Fall ein großer Traum gewesen, so etwas mal drehen zu können. Ich hatte Glück, dass es so lange gedauert hat, dass ich dann irgendwann in Frage kam, um Narziss zu spielen. Ein ganz großes Kino. Und bitte? Hey Narziss, hast du einen besten Freund? An unsere Liebe muss Gott gehören. Wir drei können ja zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott. Eine Geschichte, die viele von uns gelesen haben, die viele von uns geprägt haben. Aber eben auf diese abenteuerliche und sinnliche Weise geschrieben, dass man daraus einen Film machen muss. Als ich dann irgendwann angefangen habe mit Filmen, habe ich von Anfang an gesagt, ich möchte einen Hesse-Roman verfilmen. Und am liebsten natürlich Narziss und Goldmund. Es gibt einem selbst eine totale Fülle, also weil man von vornherein schon eine riesige Geschichte und eine Tiefe zu der Rolle hat. Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich. Dass es keine Antworten gibt, nur große Fragen. Dieser Film handelt nicht nur von Religion, sondern er handelt von der Suche nach Erfüllung. Es geht um dieses Wertesystem im Leben. Was ist für mich wichtig? Was ist wertvoll für mich? Es ist die Geschichte einer großen Freundschaft zwischen zwei jungen Männern, die sich im Mittelalter in einer Klosterschule kennenlernen. Lieber Gott, bitte macht, dass Narziss und ich für immer Freunde sind. Sie haben eine große Gemeinsamkeit, nämlich dass sie einander bedingen, um sich vollständig zu fühlen. Zwei Menschen, die unterschiedlich eigentlich nicht sein könnten. Der große Unterschied ist, dass Goldmund die Dinge fühlen muss, um sich zu verstehen. Und Narziss muss eher darüber nachdenken. All die Jahre habe ich versucht, die Welt zu begreifen. Im großen Kino brauchen wir auch immer was fürs Auge. Und das wird hier natürlich auch geboten. Ich spüre es. Man kommt an dieses Set und man denkt sich, wow, ist das großartig. Dass es nicht einfach nur ein Set ist, sondern dass da eine jahrhundertealte Bedeutung dahinter steckt. Diese ganzen Drehorte in Tschechien und in Österreich und dann in Südtirol und diese vielen Gastauftritte. Von Jessica Schwarz über Sunni Melles, Uwe Ochsenknecht, den Kida, Kodra Ramadan und da ist André Henneke, Emilia Schüle. Das ist die beste Bestbesetzung, die man haben kann. Weg! Nein! Ich muss doch rein, Mann! Ich wüsste jetzt keinen besseren als einen Oscar-Preisträger für einen großen, epischen Film, der ins Kino kommen soll. Und Achtung, fertig, los! Nein! Nein! Erzähl uns mehr was da nicht! Der international mehrfach bewiesen hat, dass er Geschichten erzählen kann, der passt wie die Faust aufs Auge für die Umsetzung. Ich sammle so Pokale und er als Regisseur, mit dem ich arbeite da, und das ist ein ganz großer Pokal für mich. Er hat sich sogar über ein Jahrzehnt mit diesem Stoff befasst und das Buch entwickelt und er kennt wirklich jede Faser. Man merkt auch trotzdem, dass er Vertrauen in seine Schauspieler hat. Der bleibt so bei sich irgendwie und deswegen vertraue ich ihm auch so komplett. Action! Es ist sehr wichtig, diesen Film zu zeigen und ihn den Menschen nahe zu bringen, weil er zeigt, was Empathie bedeutet. Narzis, dies hier ist deine Bestimmung. Ich glaube, es wird nie aufhören, relevant zu sein. Ich habe so oft an euch gedacht. Was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt. Das wird einfach eine große, tolle Reise mit wahnsinnig tollen Locations und tollen Kostümen und fantastischen Schauspielern. Das ist auch ein Roadmovie im Mittelalter. Dass du wirklich nachher das Gefühl hast, ich war jetzt zwei Stunden lang in einem Mittelalter, wie ich das noch nie zuvor gesehen habe. Ist es nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen? Wie das ein guter Film auch macht, also dass man rausgeht mit einem Glauben an die große Liebe und an die große Freundschaft, das hat einfach einen sehr, sehr positiven Effekt auf einen. Untertitelung des ZDF, 2020